Es sind nur noch wenige Wochen bis zur WWDC, der Entwicklerkonferenz von Apple. Ja, und ein Stichwort, das kennen wir jetzt schon vorab, das wird definitiv dort eine Rolle spielen. Es ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Doch was ist eigentlich so der Benchmark, an dem sich Apple messen lassen muss? Denn die Konkurrenz schläft ja bekanntlich nicht. Und da hat es in den letzten Wochen, Monaten doch eine ganze Reihe von Neuigkeiten gegeben und auch Sachen, die es jetzt schon gibt. Was das genau ist und was wir für nützlich und sinnvoll halten für die Apple-Welt, darüber sprechen wir jetzt in Mac and i Podcast Nummer 72. Und damit herzlich willkommen. Ja, Blick über den Tellerrand. Ich hoffe, der Feldstecher ist schon mal im Anschlag. Hallo, lieber Leo Becker, grüß dich. Hallo, lieber Malte Kirchner. Ja, der Feldstecher ist da. Ich habe aber noch keine KI-Deepfake-Version von mir erstellt, die jetzt einfach mit dir plaudern könnte für die nächste Sendung über. Aber das wäre ja ganz praktisch, ein kleines Sprachmodell mit etwas Video-Animationen zu koppeln. Und dann würde ich dir vielleicht Antworten geben. Trainiert natürlich auf unseren vorausgehenden Mac and i Podcast-Episoden. Es wäre mein Albtraum, muss ich sagen. Es wäre mein Albtraum. Weil ich finde ja, KI ist ja irgendwie, was Sprachfähigkeiten angeht und vor allem den Einfallsreichtum ja so eher Mittelmaß. Und das hieße ja, dass wir so statistisch den Durchschnittswert dieser Sendung abbilden würden. Und dabei sind wir doch ständig hier auf neue Höhenflüge aus. Ja, oder Tiefpunkte. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Aber ja, auf Höhenflüge folgt manchmal auch der Absturz. Doch, das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn man sich so die letzten Keynotes in den letzten Wochen angeschaut hat, haben wir ja gesehen, dass KI jetzt plötzlich auch so ein bisschen flirty wirkt und ein bisschen emotional, sagen wir, überbordend geworden ist auf sehr schnelle Weise, wo ich noch nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Aber dazu werden wir sicher auch gleich noch mal genauer kommen, wie diese KI sich eigentlich da vorwärts bewegt. Das Gute ist ja tatsächlich, dass ja die Mitbewerber von Apple uns ja Inspirationen geliefert haben, sowohl im Positiven, muss man sagen, als auch im Negativen. Also da gibt es ja auch so einige Dinge, wo man rückschauend sagen kann, wenn Apple schlau ist, haben sie sich das abgeguckt, dass sie das besser sein lassen. Oder sie machen es grundlegend anders und besser. Aber ja, da kommen wir zu. Wir haben tatsächlich eine lange Liste von Dingen, über die wir sprechen können. Da ist zum Beispiel die Frage, was denn der größte Konkurrent Samsung da schon treibt bei seinen Smartphones und was da vielleicht dann auch hängen geblieben ist, was wirklich nützlich ist von den Funktionen. Wir sprechen über GPT-VO, das ja von OpenAI vor kurzem erst vorgestellt wurde und ja auch im Zusammenhang mit Siri schon gehandelt wurde als heißer Kandidat. Dann müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, was zeichnet Apple denn aus? Was sind denn Alleinstellungsmerkmale von Apple, die sich gewinnenbringend auch im Bereich KI nutzen lassen? Ja, und dann natürlich haben wir ja schon einige Entwicklerkonferenzen gesehen in den letzten Wochen tatsächlich. Microsoft hat seine Build gerade abgehalten. Die Google I.O. war auch. Dort gab es ja auch kein anderes Thema als KI. Und ja, auch da gab es ja viel Input für diese Sendung. Lass uns den Blick auf Samsung richten, vielleicht am Anfang mal. Samsung war ja relativ früh schon in diesem Jahr mit den neuen Galaxy Smartphones da. Und auch da war es ja schon so, das Trendthema KI dominierte alles. Und wir wissen ja aus Erfahrung, dass ja Samsung, naja, so einen richtigen Riecher häufig hat, so in welche Richtung Apple auch gehen könnte. Und versucht ja immer dann, ich denke noch an die AirTags damals, wo diese Galaxy-Tags kamen und bei anderen Geräten haben wir es auch gesehen, versuchen sie ja Apple immer so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen, indem sie ein paar Monate früher damit sind. Etwas, was nicht immer aufgeht. Meistens ist es Apple, die dann trotzdem dann die besseren Verkaufszahlen haben oder die nachhaltiger im Geschäft bleiben. Aber lass uns mal auf die Galaxy-Phones gucken und die KI-Funktionen. Wollen wir einfach mal so durchgehen, was da so an Ideen da ist. Da wäre zum Beispiel am Anfang ein Telefonat oder Telefonate mit Live-Übersetzung. Das wäre natürlich schon was Feines. Ja, also Übersetzung ist, glaube ich, sowieso so ein großes Element, in die all diesen, rund um diese KI-Funktionen oder das Schlagwort KI. Das ist ja was sehr Spezifisches und was auf der anderen Seite, also ich meine, wir von Google Translate natürlich schon auch letztlich seit vielen Jahren kennen. Jetzt wird halt nochmal ein bisschen KI-Schlagwort dazugepackt. Und natürlich diese faszinierenden Anwendungsfälle, das eben in solche Live-Situationen zu integrieren, wo wir natürlich auch bei Apple die Ansätze sehen. Die sind ja da, also mit der Live-Voicemail-Funktion und also diese Live-Transkription von Texten oder von Gesprochenem. Und dann das natürlich zusätzlich noch mit Übersetzungen zu kombinieren. Und dann ist es halt schön, da immer noch eins oben drauf zu setzen. Und es ist, glaube ich, auch was, was jedem sehr schnell nachvollziehbar ist, dass das, wenn es gut funktioniert oder zumindest für, sagen wir mal, Basisgespräche, durchaus einen großen Nutzen hat, wenn man plötzlich in der Lage ist, in einer anderen Sprache zumindest halbwegs zu kommunizieren oder sich zumindest besser zu verständigen als vielleicht ohne so ein Tool. Ich glaube tatsächlich, dass das ist bei allen KI-Anwendungen eine der voller Hoffnung steckendsten mit Blick auch darauf, dass es ein wirkliches Problem in unserer globalisierten Welt ist und der vernetzten Welt, dass eben diese Sprachbarrieren ja häufig immer noch im Wege stehen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die zum Beispiel eben Probleme haben, englische Texte zu lesen und zu verstehen. Und plötzlich durch KI böte sich da eben die Chance, dass eben die Menschen deutlich mehr Zugriff haben, eben auf verschiedene Quellen und über ihren eigenen Sprachraum hinaus gucken können. Aber ich auch, sag mal, auch wir Medienschaffenden, auch für uns ist es ja so, wir sind ja in der Sprache unterwegs, die uns am meisten liegt. Und wir wissen aber auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt mit dem deutschsprachigen Raum natürlich ein ungleich kleineres Publikum nur erreichen können, als wenn wir jetzt englischsprachig unterwegs wären. Und auch dort bieten sich ja unglaubliche Chancen, die ja auch dann sich dann niederschlagen könnten in eben einer größeren Vielfalt an Medienangeboten global. Also so gesehen, muss ich ja sagen, bin ich ja mal ganz fasziniert von diesen Übersetzungsgeschichten. Wohl wissend, dass das natürlich auch wirklich, du hast es gerade gesagt, Basisfunktion, das wird am Anfang stehen. Also, dass man dem auch traut. Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass man nicht irgendwie da was reinspricht. Und wer weiß, was da rauskommt, du beleidigst deinen Ansprechpartner gerade. Aber für den Anfang ist das schon mal ziemlich cool. Und ich konnte mir vorstellen, dass das auch so eine Potenzialtechnologie ist, die in den nächsten Jahren dann reift und tatsächlich dann auch zu einem großen, ja dieses berühmte Wort Game Changer werden könnte. Ja, also da kann man ja auf YouTube tatsächlich schon beobachten, dass es vielleicht den einen oder anderen Kanal gibt, die durchaus damit experimentieren, halt ihre Inhalte in andere Sprachen. Natürlich nicht lippensynchron, aber doch irgendwie so, sagen wir mal, draufgesetzt, halt übersetzt, automatisiert zu übersetzen, dass du halt letztlich plötzlich, ja, dann halt einfach auch spanisch sprechendes Publikum ansprichst oder halt jetzt englisch sprechendes Publikum oder je nachdem, was deine, was irgendwie die Ausgangssprache ist und die Sprache ist, die du abdecken möchtest. Also da sind sicher, sind sicher sehr interessante Sachen vergraben. Bei der, bei der sozusagen Endnutzerfunktion frage ich mich halt immer, wie viele Leute gibt es dann unterm Strich wirklich, die dauernd in diese Situation kommen? Ich meine, aus Urlaubsreisen kennt es natürlich vielleicht jeder, dass er da gerne mal eine andere Sprache spricht, die er vielleicht eben nicht kann. Aber im Alltag, ich meine, die Zahl der Vielreisenden unter uns ist ja auch begrenzt, ja. Also die, die werden ja oft, werden ja Vielflieger und sozusagen der Geschäftsreisende und so, die werden natürlich angesprochen mit solchen Funktionen in erster Linie. Aber das ist ja doch einen relativen Ausschnitt von einem Markt, nur ein kleiner Ausschnitt von einem Markt. Das ist auch, ich meine, genauso wie nicht jeder Kalender braucht. Also für den einen ist das Kalender das Beste, was es gibt, aber andere Kalender und auch Karten, Kartenapplikationen, also Google Maps und Apple Maps sind auch, braucht man die im Alltag oft? Manchmal ja, manchmal nein. Ich meine, wie oft musst du dir in deiner, sagen wir, in deinem Wohnort halt dir die Route zu Punkt XY zeigen lassen? Ja, beim Autofahren vielleicht schon eher, aber diese Fußgängerrouten zum Beispiel ist immer so eine Sache. Wenn du in einer fremden Stadt bist, ist das toll. Aber das ist halt was dann, Leute sind da irgendwie zwei, dreimal im Jahr vielleicht in einer fremden Stadt und sonst halt auch nicht. Aber ich, viele von diesen Funktionen, ja, deshalb bin ich, bin sehr gespannt, welche von diesen Funktionen so einen richtigen, diesen durchschlagenden Massenmarkt erreichen. Und diese Übersetzung ist, glaube ich, was extrem Wichtiges und Faszinierendes und auch, so wie du schon sagtest, auch für den Medienbereich natürlich extrem spannend. Aber ich frage mich halt, wie oft ich das im privaten Alltag einsetzen werde. Das ist in der Tat natürlich schwer zu sagen, weil jetzt unser Maßstab ist jetzt die Gegenwart. Und da gebe ich dir recht, dass natürlich gegenwärtig Sprache eine Barriere darstellt und dadurch eben auch viele im privaten Bereich ja eher in ihrem Sprachraum unterwegs sind und jetzt nicht unbedingt dann darüber hinaus reichen. Die Frage ist natürlich, und das haben wir ja mit dem Smartphone ja schon einige Male gesehen, mit dem iPhone auch, dass durch neue technische Möglichkeiten sich aber dann eben auch Alltag verändert. Also dass Menschen dann tatsächlich, jetzt nehmen wir mal an, im privaten Kontext im Netz, dann eben mehr mit Menschen in Kontakt treten, auch die jetzt nicht aus ihrem Sprachraum kommen, weil sie es einfach können, weil sie jetzt diese Barriere, ich muss eine Sprache beherrschen, eine fremde Sprache beherrschen, nicht mehr nehmen müssen, sondern die KI dann nützlich sein kann. Also sag mal, was wir im Netz ja auch schon gesehen haben, diese Aufhebung von Lokalität, dass du eben, wenn du ein Hobby hast, musstest du da früher Lokalleute suchen, die das Hobby teilen. Heutzutage suchst du dir Gleichgesinnte aus deinem gesamten Sprachraum. Warum sollte das künftig nicht das ganze Europa oder die ganze Welt sein, wo es dann eben nicht mehr erforderlich ist, dass dann alle eine gemeinsame Sprache sprechen? Aber gut, das ist jetzt sehr von rumfantasiert und da sind wir jetzt dann schon sehr philosophisch eingestiegen bei der Frage, was könnte KI denn ermöglichen? Ich denke mal, dass das für Apple aber auch so eine Sweetspot-Funktion ist, dass sie einfach das Thema Übersetzung sicherlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, weil sich darum auch ganz einfach eine hervorragende Geschichte erzählen lässt. Wir sehen es ja jetzt schon bei unserer Fantasie. Ja, und die Grundlage ist ja da. Also die haben sie ja auch in den Betriebssystemen in den letzten Jahren schon gelegt, mit der Übersetzen-App, die praktisch ein Systemdienst ist und halt auch präsent ist. Ich meine, die ist sprachlich, also von der Sprachenauswahl noch relativ eingeschränkt und man kann sicher darüber diskutieren, ob die dann unter dem, also da gab es sehr alberne Fehler, die die gemacht hat teilweise und wahrscheinlich wird da Google Translate noch ein ganzes Level oben drüber sitzen. Aber da ist halt auch einfach dann die Frage, wie schnell schafft es Apple da hinterher zu kommen, um das auf ein Niveau zu bringen, dass man die halt wirklich gern und mit Vertrauen benutzt, zumindest für so diese Grundsachen im Hotel, dass du fragst, wo kann ich zu Abend essen oder solche simplen Sachen eigentlich. Der nächste Punkt, beziehungsweise ich würde jetzt mal ein paar Punkte zusammenfassen, weil sie relativ ähnlich sind und jetzt bei Samsung bei einzelnen Funktionen sind. Da ist dann zum Beispiel die Texteingabe mit Sprachassistent, da ist dann eine Notizen-App, die eine Zusammenfassungsfunktion und eine Übersetzung anbietet, Diktiergerät mit Transkription, also das mal so alles so zusammen unter dem Oberbegriff Texteingabe und Sprache zu Text. Also ich sage mal, das sind so die beiden Oberbegriffe, die sich da sicherlich ableiten lassen. Ich finde, so ganz schlecht ist Apple da eigentlich nicht unterwegs, möchte ich erst mal sagen. Gerade Spracheingabe haben sie ja schon in den letzten Jahren ja bei iOS ja auch nachgebessert und verbessert. Trotzdem würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass da mit KI sicherlich auch noch mehr Formulierungshilfen und andere Dinge vorstellbar sind. Ja, sollte man hoffen. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass sie es bei der Podcast-App sehr ungefragt und proaktiv diese Transkription integriert haben und praktisch alle oder naja, also fast alle Podcasts automatisch eben übersetzen oder transkribieren, in Textform bringen und übersetzen müsste man sie dann nochmal extra. Aber sie sind zumindest, liegen sie in ihrer jeweiligen Sprache in Textform vor und auch durchaus in solider Qualität. Also ich meine, da rutscht natürlich mal was durch, aber man kann glaube ich schon normalerweise einem Podcast tatsächlich relativ gut in diesem Transkript folgen, was da gesagt wird. Und es wird noch nicht so richtig unterschieden zwischen den Sprechern und natürlich fehlen da noch viele Elemente, die das richtig perfektionieren würden. Aber es ist ein guter Schritt. Und ich glaube, das sind so, mir fällt gerade das deutsche Wort für Table Stakes nicht ein, aber das sind so die, das sind glaube ich die neuen Sachen, die einfach so basismäßig vorhanden sein müssen letztlich. Und das auch Apple mit seiner Sprach-Memos-App. Du musst natürlich einfach ein Transkript aus deinem Sprach-Memo rausfallen lassen. Ich glaube also, wenn wir das in der iOS 18 nicht sehen, fände ich es relativ absurd, muss ich sagen. Das sind glaube ich Standardsachen in Kürze. Ja, das denke ich auch, zumal ja eben auch Apple schon deshalb unter Zugzwang ist, weil es ja jetzt im Tool-Bereich für den Mac zum Beispiel mit Mac Whisper, ist das ja ein ganz großer und gefragter Bereich, eben solche Tools zu nutzen, um dann eben Audioaufnahmen dann eben zu verschriftlichen. Und es schreit ja förmlich danach, dass du sowas auf Systemebene auch hast. Wobei für mich natürlich die Frage ist, ob jetzt dann es sich mit der Systemebene erschöpft oder ob Apple nicht gut beraten wäre, vielleicht auch Schnittstellen dann für Entwickler anzubieten. Wir reden immerhin über eine Entwicklerkonferenz, weil Mac Whisper ja weitergeht. Also ich denke mal, Apple wird einen sehr einfachen, nutzerfreundlichen Ansatz wählen, dass du dich nicht mit Sprachmodellen und den Details auseinandersetzen musst, sondern dass es einfach funktioniert, deine Sprache dann zu verschriftlichen. Mac Whisper hat natürlich trotzdem zum Beispiel immer noch den Reiz, du kannst dann eben verschiedene Sprachmodelle eben dann da nutzen. Und manchmal hast du auch sehr fachspezifische Sachen, die du dann brauchst, weil du bestimmte Texte aus dem Ton sozusagen in die Schriftform bringen willst. Und da wäre es dann halt sinnvoll, wenn das weitergeht. Aber es wäre natürlich toll, wenn Apple dann wiederum eine Schnittstelle anböte, dass man eben, dass eben solche Drittentwickler viel näher rankommen und man nicht so diese Workarounds gehen muss, dass man erstmal exportieren und wieder importieren muss. Also das wäre sicherlich, ich weiß, es ist schon ein bisschen ein fortgeschrittener Feature-Wunsch, den ich hier artikuliere, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass Apple da, oder ich hoffe zumindest, dass sie die Drittentwickler dann nicht ganz vergessen bei der Sache und die auch irgendwie damit ins Boot holen. Sie haben ja lustigerweise, manche Sachen gibt es ja durchaus schon auch als API. Also diese, ich weiß gar nicht, die heißt glaube ich einfach Speech, die Schnittstelle. Also so eine Form von Transkriptionen können Entwickler über Apples Schnittstelle tatsächlich, also ich meine, ich bin kein Entwickler, aber ich glaube, dass sie es relativ einfach in Apps integrieren können, um dann halt auch Live-Transkriptionen durchzuführen. Und wir haben ja auch gesehen im Bedienungshilfenbereich, dass Apple da mit diesen Live-Transkriptionen ja durchaus auch vorgeprescht ist, auch für FaceTime-Telefonate und so weiter, halt diese Live-Untertitelung, sagen wir es mal so, was ja auch dann ein Transkript unterm Strich ist und was sie ja jetzt auch nochmal angekündigt haben für die nächste VisionOS-Version, dass du praktisch halt mit der Person, die du anschaust, halt auch gleich eingeblendet bekommst, was die eigentlich dir gerade erzählt. Und das sind natürlich unglaublich mächtige Tools und wo man wie immer auch sieht, dass die natürlich weit über Barrierefreiheit hinausgehen, sondern einfach alles, also Barrierefreiheit macht halt alles besser für alle. Und das sieht man da, glaube ich, auch wieder gut. Der nächste Oberbegriff, ich hänge ja immer noch so ein bisschen an deinem Wort Table Steaks, hab doch gleich Appetit bekommen, als du das gesagt hast. Müssen wir uns irgendein schönes deutsches Wort dafür einfallen lassen, was auch Appetit macht? Ja, also ich denke einfach mal so Grund, ja Grundausstattung könnte man vielleicht sagen, ne, an KI-Funktionen, so Must-Haves, okay, da sind wir wieder am Anglizismus. Da sind wir wieder Englisch. Irgendwie so in der Richtung. Aber auf jeden Fall ein Thema, was sicherlich auch ziemlich gesetzt ist und das Samsung jetzt ja auch schon integriert hat, ist dann diese Möglichkeit, dass man Internetseiten zusammenfassen lassen kann. Was Google jetzt ja auch auf der I.O. jetzt als Default Feature für die Suchmaschine angekündigt hat, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen künftig immer so ein kleines Tableau erstmal erscheint, was dann so die wesentlichen Ergebnisse der Suche dann zusammenfasst. Ich denke mal, dass Apple da sicherlich auch in Safari in irgendeiner Art und Weise etwas integrieren wird, oder? Ja, würde ich auch davon ausgehen. Da ist ja zum Beispiel Übersetzen ist ja in Safari auch schon drin. Das ist ja auch was, was sie da noch relativ neu oder so lang ist es nicht her, auf jeden Fall reingebracht haben, wo wir nochmal beim Übersetzen wären, weil das natürlich, die sind ja alle so ein bisschen zusammengepackt, diese Funktionen. Aber klar, Zusammenfassung fehlt definitiv und ist sicher eine extrem nützliche Funktion in vielen Fällen, die man so oft, glaube ich, an verschiedenen Kontexten auch gebrauchen kann, gerade wenn man nur schnell irgendwas nachschauen möchte und auch, ich denke, auch KI-Zusammenfassungen von bestehenden, überschaubaren Texten sind normalerweise auch ziemlich solide. Also da ist dann schon drin, was wichtig ist und da wird meistens nichts hinzufantasiert und dann hast du auch ein gutes Ergebnis am Schluss, mit dem du irgendwie was anfangen kannst. Deshalb glaube ich auch, dass wir das was ähnliches auch in Safari sehen werden mit iOS 18 und Co. Also da Google hat natürlich, bei Google ist so ein bisschen das Problem, um da wieder auf die Seite der Medienschaffenden zurückzukommen, dass Google natürlich ein bisschen erübrigt unter Umständen dann auf die Webseiten halt auch noch zu gehen, die diese Inhalte geliefert haben. Also da haben wir eine andere Form von Problematik, die für viele Endnutzer wahrscheinlich relativ egal, vielen Endnutzer wahrscheinlich egal ist, weil die wollen natürlich einfach ihr Ergebnis haben oder das, was sie gesucht haben, die Frage beantwortet haben, die sie gestellt haben und dann reicht es. Also Google macht es ja jetzt auch schon, dass sie halt meistens für kleine Fragen ja gleich die Antwort liefern. Aber sozusagen als jemand, der Text oder Inhalte ins Netz stellt, ist das natürlich relativ frustrierend, wenn diese Inhalte, die auf den Unterumständen des Training dieser Daten beruht, dieser KIs und Sprachmodelle beruht, dass da am Schluss das praktisch vorgeschaltet wird und vielleicht dann niemand mehr zu dir am Schluss gelangt. Wobei ich sagen würde, dass diese Frage gar nicht mal so unbedeutend ist, weil sie ist ja eine Zukunftsfrage. Also im Moment schöpfen ja die Lernmodelle oder die KI-Modelle aus dem Vollen. Es würde aber da ja die Erlösmodelle der Inhalteanbieter zumeist davon eben leben, dass die Leute auf die Seite kommen, wird es ja ein Zukunftsproblem sein, wenn dem nicht mehr so wäre. Das heißt dann, die Inhalte werden dann ja, die Inhaltebasis wird dünner für neues Lernen, für neue Informationen. Die Frage ist, wie soll es funktionieren? Also vielleicht wird an dieser Frage dann auch das Web sich ein Stück weit dann revolutionieren oder neu erfinden müssen in der Frage, nach welcher Methode funktioniert das eigentlich, dass man mit Inhalten im Web Geld verdienen kann. Weil ja letztendlich ist die KI-Anbieter ja schon und Google und Konsorten alle abhängig davon sind. Die brauchen diese Inhalte. Die wollen den Nutzern ja was bieten. Und sie bieten ja nur die Methode, das Werkzeug, um diese Informationen zu finden. Google ist ja nun auch schon sehr vorsichtig geworden. Da war doch mal diese große Ankündigung im Raum, dass der Bart damals die Suchmaschine komplett ersetzt und man nur noch mit dem Chatbot dann spricht. Jetzt sind wir ja schon ein wenig dann zurückgepegelt auf. Es gibt dann halt ein kleines Zusammenfassungstableau und dann aber die klassischen Suchergebnisse. Ich bin auch wirklich mal gespannt, wie Apple das macht, weil Apple ist sich ja auch sehr bewusst der Tatsache, dass Inhalte ja irgendwie auch irgendwo herkommen müssen. Also man hat es ja auch gesehen bei ihrem Ansatz, der es ja nie nach Deutschland geschafft hat mit Apple News, dass sie da ja auch nicht jetzt eine eigene Nachrichtenredaktion gegründet haben, sondern ja tatsächlich eben kuratierte Inhalte aus verschiedenen Quellen in einer, wie sie finden, besseren Art und Weise dargeboten haben. Ein Geschäftsmodell, was jetzt nicht so toll funktioniert hat augenscheinlich. Zumindest nicht so, dass man es jetzt dann weltweit expandiert hat. Aber was ja schon zumindest aufzeigt, dass Apple sehr wohl ein Bewusstsein dafür hat, dass sie da eben auch drüber nachdenken müssen, über diese Fragestellung. Ja, und ich glaube, Apple hat auch eine relativ schockartige Erinnerung daran bekommen, nachdem sie halt ihre Crush-Ad, in der die Presse alle Kreativwerkzeuge zerstört hat und das iPad an ein iPad Pro rausgefallen ist und da großes Geschrei hinterherkam, da ist Apple vielleicht auch nochmal bewusst geworden, dass sie da unabsichtlich in etwas reingeraten sind, wo sie jetzt sehr genau aufpassen müssen mit dem, was sie da auch im Sommer ankündigen, weil ich weiß nicht, ob das vorher schon so breit bei Apple vielleicht bis zur obersten Ebene gedrungen ist. Spätestens jetzt müsste diese Thematik und diese Problematik, was passiert da eigentlich und was zerstört und was schafft was Neues, die ist da hoffentlich auch als Problem angekommen. Ja, das ist richtig. Also die Sensibilität ist, glaube ich, jetzt stark dafür angewachsen auf beiden Seiten. Also einerseits bei denen, die diese Ads und Apples Aussagen sehen und viel kritischer, glaube ich, hinterfragen als zu Zeiten, als Apple noch klein und aufstrebend war. Aber jetzt gab ja die Diskussion, dass Apple einfach einen Reifegrad als Firma und eine Bedeutung auch bekommen hat, wodurch eben solche Sachen wie eben Kameras und Klaviere und alles Mögliche in eine Schrottpresse reinwerfen, dann halt nicht mehr so augenzwinkernd gesehen wird, wie das in der Vergangenheit vielleicht mal der Fall war. Ja, man darf gespannt sein in der Frage. Der nächste Punkt, der ja auch dann schon sehr stark wieder in ein potenzielles Konfliktfeld mündet, aber wo ich mir noch nicht so wirklich vorstellen kann, in welcher Art und Weise Apple das integriert, zumindest im ersten Wurf, ist die Frage der generativen KI jetzt im Bildbereich. Also Samsung hat ja vorgelegt mit einem generativen Fotoeditor, der zum Beispiel störende Objekte komplett beseitigen kann. Klingt vermeintlich harmlos, birgt aber ja auch schon so das Risiko dieser Frage, Deepfakes, Echtheitsbegriff und so weiter ist ja auch durchaus ein Minenfeld. Und das geht dann über so amüsante Sachen wie zum Beispiel, dass man jetzt dann nach Lust und Laune ein Hintergrundbild dann erzeugen lassen kann. Also dass ich sagen kann, hey, ich hätte gerne Mac and i-Tapete heute mal in Rot und dann zack, würde die KI mal eine generieren. Was denkst du, wie wird Apple mit diesem Feld umgehen? Also ich glaube, dass sie an Funktionen wie KI-gestützten, KI-gestützten Löschen von Bildelementen, da werden sie kaum mehr vorbeikommen. Es ist eigentlich ein Desaster, dass sie da jetzt noch nicht sind, muss man sagen, oder dass das nicht integriert ist. Also wir haben ja heute, kam jetzt gerade Lightroom auch nochmal raus mit entsprechenden KI-Funktionen. Und da wird, glaube ich, insgesamt sehr viel gearbeitet an dieser Art von Funktionen, sodass auch das etwas sein wird, was Leute erwarten als Standardfunktion, wo wir wieder bei den Table-Stakes sind, die einfach vorhanden sein müssen. Also das ist jetzt eigentlich schon oder in Kürze eine Basisfunktion, auf die kaum mehr jemand verzichten muss. Weil ich meine, diese Art von Fotos, die kennt wirklich jeder. Und die kennt man auch aus dem Alltag und nicht nur vielleicht aus dem Urlaub, vielleicht besonders. Aber das sind ja wirklich auch Sachen, die man andauernd braucht. Also irgendein störendes Element, was halt im Hintergrund ist, was man weghaben möchte. Und ich glaube, solange, also Apple wird das mitspielen. Und ich würde mich sehr wundern, wenn sie da auch nicht eine entsprechende Funktion integrieren in ihre nächsten Betriebssysteme. Und sie werden da mitspielen, solange das halt extrem unter Kontrolle ist. Weil da wird natürlich unter Umständen auch ein neues Bildelement generiert. Aber es ist vielleicht noch so, wie soll man sagen, so gefußt in der Realität, dieses neue Element, dass da halt einfach da, wo das fehlende Wasser ist, es wird halt fehlendes Wasser generiert oder der fehlende Himmel oder der fehlende Baum im Hintergrund. Aber es wird halt nicht eine komplett neue Bildwelt erschaffen. Also da bricht es ja. Und diese anderen Funktionen, die wir ja auch vor allem von Google bis jetzt gesehen haben oder von Google Fotos, die gingen ja dann in diese Richtung, dass plötzlich halt am Schluss du ein Foto nimmst, also irgendwie mehrere Fotos kombinierst und dir dann letztlich die Köpfe von den Leuten zusammenpackst, sodass du am Schluss halt überall offene Augen und Grinsen hast oder so und der Kopf auch so ein bisschen verschoben wird unter Umständen. Das könnte ein Schritt zu viel sein für Apple. Ich weiß noch nicht, ob sie sich da so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Und wir alle müssen uns auch fragen, wo so unsere persönliche Schmerzgrenze, glaube ich, bei Fotos gerade ist. Ja, eine Frage, die wir uns ja schon seit Jahren stellen, also der Siegeszug der Computational Photography hat ja schon enorme Fragen aufgeworfen, jetzt inwieweit auch im Consumer-Bereich Fotografie eigentlich noch authentisch ist. Ich persönlich finde ja, dass, ja, man kann natürlich argumentieren, dass da eben sehr viel dann mit KI schon gearbeitet wird, so unter der Haube Machine Learning, dass zum Beispiel Farben entsprechend, Belichtungen entsprechend aufgebessert werden, wie es die Technik normalerweise bei einem Smartphone gar nicht so darstellen kann. Auf der anderen Seite ist es ja so, mein persönlicher Echtheitsbegriff ist noch dadurch abgedeckt, dass ich ja schon den Eindruck habe, dass das Smartphone weitgehend das wiedergibt, was ich mit eigenen Augen da ja auch gesehen habe in dem Moment, wo ich das Bild aufgenommen habe. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel Bilder gerade zu rücken, die jetzt sehr schief gemacht sind und dann werden dann fehlende Elemente, wo sonst ein schwarzer Rahmen wäre, werden dann automatisch ergänzt. Erstens ist die Frage, wie gut kriegt die KI das hin und wahrheitsgetreu? Und zweitens, ab wann wird es zu fantasiereich? Also wo ist für Apple da die rote Linie, wo sie sagen, nee, da wird jetzt dann doch zu viel halluziniert, um dann diesen Rahmen aufzufüllen? Also da bin ich wirklich sehr neugierig. Ich sehe eigentlich im ersten Schritt auch die große Chance erst mal darin, und das habe ich schon seit Jahren als Problem gesehen, bei Apples Fotos App auf dem iPhone zum Beispiel. Apple kämpft ja immer mit diesem Zwiespalt, auf der einen Seite möglichst viele Nachbearbeitungsfunktionen schon anzubieten und auf der anderen Seite aber die ganze Steuerung so einfach wie möglich zu halten. Und das ist ja ab einem gewissen Komplexitätsgrad ja eine schier unlösbare Aufgabe. Ich glaube, dass dadurch, dass ich meinem Gerät künftig Dinge einfach sagen kann, wie ich sie haben möchte, da eine Chance drin liegt, bessere und komplexere Bildbearbeitungsfunktionen vorzuhalten, ohne sie aber, dann ohne aber das User Interface mit Buttons und sonstigen Anzeigen zu überfrachten. Also eigentlich ein bisschen back to the roots, was Apple liebt. Keep it simple and it just works. Ja, und das ist irgendwie sinnvoll zu kombinieren, dann eben mit der Option für KI-Funktionen, also dass du als Nutzer die Kontrolle behältst, was möchtest du automatisch verbessern lassen, wo möchtest du selbst noch eingreifen und was ist dann auch dein gewünschtes Ergebnis? Also im Sinne, hast du lieber ein Zeitzeugenbericht, praktisch ein Zeitzeugenfoto, was nur 100 Prozent, naja, 100 Prozent authentisch, kann man jetzt schon drüber diskutieren, wie sehr, also ich meine, auch wenn du Belichtungsreihen machst und so, veränderst du da etwas von der Realität. Ja, nein, vielleicht ist eine schwierige Diskussion, ist ja auch eine alte Diskussion, die ja weit vor KI auch schon geführt wurde, über Bilder und die Realität von Bildern oder die Abbildung der Realität durch Fotografie. Aber ich hoffe, dass sie da halt eben dem Nutzer, die Kontrolle überlassen, zu sagen, wann möchte er das nutzen und dann sich da auch ein bisschen austoben lassen, aber das wahrscheinlich in engen Grenzen setzen werden. Also ich werde da, ich glaube, dass sie da allzu viel dazu erfinden, da wird Apple, glaube ich, relativ vorsichtig sein. Ja, ja, das sehe ich auch so. Nein, also ich komme eher von dem Standpunkt her, dass halt die Möglichkeit gegeben ist, mit natürlicher Sprache diese App, diese Fotos-App zu verwenden. Und dann, also etwas, was wir bislang ja noch nicht gesehen haben, Siri findet ja kurioserweise ja auf so einer Meta-Ebene des iPhones statt. Das ist ja sozusagen eine Über-App, die auf Systemebene agiert und du musst ihr ja dann auch immer sehr genau sagen, öffne die App oder mach mal in der App das und das. Und ich könnte mir vorstellen, dass KI jetzt die Chance ist, so eine Art In-App-Siri dann einzuführen, dass du tatsächlich in den Apps selber dann durch den Gebrauch natürlicher Sprache, das war ja bislang die große Hürde bei Siri, dass du ja immer genau das Vokabular kennen musstest, genau auch die Art und Weise, wie du Befehle sagen musst, damit du mit Spracheingabe irgendwo hinkommst. Und jetzt ist ja wirklich so, dass ja der Nutzer, meinetwegen, du nimmst ein Bild auf und du hast nicht auf den Horizont geachtet. Das ist ein bisschen schief, dass du einfach sagst, hey, mach mal das Bild gerade und mach doch mal eine Ecke heller und ein bisschen Blautöne. Ach, eine Schwarz-Weiß-Version wäre auch ganz fein. Das sind ja so Use-Cases, wo viele Anwender sich wünschen, das zu machen, weil sie das irgendwoher kennen, aber zum Beispiel jetzt je nach Erfahrungsgrad völlig damit überfordert sind, herauszufinden, wo ist denn jetzt eigentlich nochmal der Filter für Monochrom und solche Sachen. Also wo wir vielleicht dann, die ein bisschen erfahrener sind, drüber lachen und sagen, ja, drei Schritte, dann mache ich dir das. Aber wo, glaube ich, sehr viele Nutzer weit unter den Möglichkeiten schon der heutigen Funktion bleiben, weil sie schlichtweg nicht wissen, wo die sich verbergen. Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial, auch irgendwie weitergehende Anpassungen, dass du einen gewissen Stil halt haben willst oder den vorgeben kannst, einen gewissen Fotostil. Ich meine, da kommen wir wieder schnell in so eine Copyright-Geschichte und Diskussionen rein. Aber das sind natürlich alles super spannende Sachen. Ich weiß nur nicht, ob wir die jetzt im ersten Schritt, die sehe ich noch nicht so recht in iOS 18. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass sich Apple dann nicht allzu furchtbar weit bei solchen Sachen aus dem Fenster lehnen wird. Aber es ist natürlich extrem spannend, die Vorstellung. Und es ist jetzt, wirkt zum ersten Mal greifbar, dass man tatsächlich bestimmte Sachen zumindest halt wirklich dann durch natürliche Sprache vielleicht so steuern kann, dass man auch ein sinnvolles Ergebnis dann zurück, dass der Computer ein sinnvolles Ergebnis damit zurückliefert und nicht nur irgendwie dann darüber stolpert oder nicht weiß, was man will oder sagt. Diese drei Begriffe habe ich im Internet gefunden, wie es Siri so gern macht. Das Traurige ist, Leo, ich teile deinen Pragmatismus, weil ich glaube tatsächlich auch, dass die Erwartungen vor dieser WWDC natürlich auch ein bisschen befeuert durch Apples vollmundige Ankündigung, dass das ein großes KI-Jahr wird und dass da riesige Ankündigungen folgen werden. Also sie sind ja auch ein bisschen selber schuld daran, dass die Messlatte jetzt sehr hochgelegt wurde. Aber realistisch betrachtet, es wird ja immer sichtbarer, dass Apple eigentlich letztes Jahr schon hätte einsteigen müssen mit KI, dass sie dieses Thema tatsächlich nicht in der Prioritätenliste hoch genug hatten, dass die Mitbewerber da jetzt alle dann schon, sagen wir mal, die ganz Großen jetzt in Sachen KI wie OpenAI und Google sind jetzt ja schon sozusagen in V2 gelandet, dessen, was man mit KI machen kann. Und Apple hat bei vielen Sachen noch nicht mal V1 jetzt aus Nutzerperspektive erreicht. Und deshalb wäre es, glaube ich, auch vermessen zu glauben, dass Apple jetzt im ersten Schritt gleich auf V2 und V3 gar startet. Sondern ich denke auch, dass wir eher ein robustes, gut durchdachtes Set an Sachen bekommen, die sich bewährt haben vielleicht so in diesen anderthalb Jahren, wo wir mit KI zu tun haben. Also dass Apple eher dadurch bestechen möchte, dass sie jetzt nicht den Nutzer zum Versuchskaninchen machen, sondern die Funktion an die Hand liefern, von der man ausgehen kann, dass sie wirklich nützlich sind. Und auch in einer Art und Weise implementiert sind, dass sie dann eben auch vernünftig eingesetzt und schnell eingesetzt werden können. Was uns zu dem nächsten großen Punkt führt auf unserer Liste? Jetzt haben wir Samsung so ein bisschen gestreift, mal geguckt, was Samsung da schon veranstaltet hat. Jetzt kommen wir näher in die Gegenwart. Und zwar ja zuletzt hatte OpenAI einen Tag vor der Google I.O. Keynote GPT-4O vorgestellt. O für Omni. Und das faszinierte ja besonders mit Blick, wenn man jetzt so ein bisschen die Fantasie anstrengt, in Richtung Siri. Spracheingabe, Sprachdialog. Da war ja bislang das, was ChatGPT gemacht hat und auch andere noch nicht das, wo man hinwollte. Es war sehr langsam. Die Antworten brauchten ja viele Sekunden. Wenn ich jetzt so an Rabbit denke, diesen AI-Assistenten oder den AI-Pin von den ehemaligen Apple-Mitarbeitern, der krankte ja vor allem daran, dass man das Gefühl hatte, man kann sich zwischendurch ja nochmal einen Kaffee kochen gehen, bis man die Antwort bekommt. Und jetzt ja plötzlich sehr schnell, oder? Ja, gefühlt sehr schnell, auf jeden Fall. Also das ist in der Tat beeindruckend, auch wenn man jetzt mit dem bereits für viele Nutzer auch verfügbaren Versionen herumspielt. Jetzt weniger der Sprachgeschichte, sondern praktisch GPT als Chatbot, klassisch mit Texteingabe. Aber da merkt man, dass da kommt schon sehr flott, kommt sehr viel, kommt sehr schnell zurück, muss man sagen. Und das macht natürlich einen merklichen Unterschied. Und ich hoffe, dass Apple da auch einen natürlichen Fokus auf Geschwindigkeit legt und da sie zumindest erwartungsmäßig ja auch einen guten Teil dieser Funktionen versuchen werden oder der kleineren Funktionen versuchen werden, eben lokal halt auf dem iPhone zu rechnen oder auf dem jeweiligen Gerät zu rechnen, dann hast du natürlich, dann fällt halt diese ganze Latenz und das hin und her und das kommuniziert mit Server und Server meldet zurück. Server hat wenig Kapazitäten und ist langsam und so weiter. Also was wir ja am Anfang bei ChatGBT, das war ja teilweise, du konntest ja praktisch jeden Buchstaben beobachten, wie er vor dir erschienen ist auf dem Display. Und über diese Zeiten sind wir ja längst hinaus. Aber natürlich jetzt mit Modellen, die dann halt auch auf dem Smartphone oder auf dem iPhone direkt, also kleinen Sprachmodellen, die halt auf den Geräten direkt arbeiten. Und da haben ja auch alle jetzt praktisch was vorgestellt. Also sowohl Microsoft als auch Google natürlich für Android. Und das heißt, wir werden da sicher was erleben, das insgesamt auch schneller sein wird. Und OpenAI hat da sicher natürlich auch mit ihrer serverseitigen Lösung was gezeigt, dass es durchaus auch möglich ist, das halt in der Cloud sehr schnell zu rechnen, zumindest wenn du halt sehr viel Kapazitäten hast und da auch viel Geld reinwirfst entsprechend, um das so hinzubekommen. Definitiv faszinierend. Und gerade wenn du dich natürlich mit dieser KI unterhältst, dann ist es ja natürlich noch einen Schritt essentieller, dass diese Antworten mehr oder weniger eins zu eins live kommen, ohne großes Nachdenken oder große Denkpause. Es ist fast noch wichtiger, denke ich, als bei der Texteingabe. Dann ist das Ganze ja auch noch multimodal. Also geht über das hinaus, was wir heute ja von den Sprachassistenten auf Smartphones kennen. Man kann also auch dann zum Telefon sagen, hey, guck doch mal durch deine Kamera. Ich sehe da gerade ein Ortsschild oder irgendetwas. Was ist denn das? Oder ja, generell eben Text. Man kann sowohl Schriftinformationen eingeben als auch Sprachinformationen zur Verarbeitung eingeben. Trotzdem die Realismusfrage an der Stelle. Letztes Jahr, als das ja losging, das gesagt wurde, Apple wird jetzt beim Thema KI ein Brinkett drauflegen. Da waren ja sehr schnell sehr viele Bedenkenträger zu hören, die auch meinten, sie hätten Quellen bei Apple, die gesagt haben, Siri wird zum ersten Wurf noch nicht die ganz große Rolle spielen. Siri ist einfach so ein Riesending und so schwer zu ändern. Und überhaupt, das könnte schwierig werden. Da hat man nicht zu hohe Erwartungen. Wie siehst du das mittlerweile? Zuletzt gab es jetzt ja doch wieder Berichte, denen zufolge Apple bei Siri ja auch schon im ersten Wurf in Sachen KI größeres vorhaben könnte. Denkst du, wir werden eine wirklich veränderte Siri dies Jahr schon erleben? Ich bin und bleibe da sehr neugierig und ich sehe beide Argumente für ein Für und Wider und kann mich nicht recht entscheiden, auf welche Seite ich mich da selbst schlagen soll. Also es ist halt, Siri halt unberührt zu lassen oder unbearbeitet zu lassen, wäre auf der einen Seite ja wirklich auch ein Riesenpatzer. Auf der anderen Seite ist halt das Potenzial für Desaster auch sehr groß, wenn Siri jetzt einen völligen Schritt zu einem wirklichen großen Sprachmodell macht und plötzlich dir Antworten auf deine wildesten Fragen liefert, aber dann eben auch anfängt, sich sonst was dazu auszudenken und dir halt auch wirklich sonst was zu erzählen. Und man hat ja auch bei diesen sehr teilweise sehr faszinierenden Demos, die OpenAI da aufgefahren hat, gesehen, dass da schon auch das Potenzial war für einiges, was halt irgendwie schief und schräg gelaufen ist und auch komisch war. Also ich meine, sie hatten ja, sie haben ja GPT4O jetzt abgesehen von dieser Geschichte mit Scarlett Johansson Stimme und wie nah ist die wirklich dran und wie war die angelehnt. Aber dieses Modell und die Antworten, die das Modell gegeben hat, waren ja so emotional, so übertrieben von der Intonation und auch so wie ich am Anfang sagte, irgendwie so flirty und so ein bisschen komisch, aber auch so, also ich habe das, manches konnte ich nicht so richtig anschauen, ohne da den Mund zu verziehen. Also es wirkte so ein bisschen, ist das sozusagen, ist das der Weg, wollen wir diese Kommunikation mit einem immer noch am Schluss ja an einem Computer? Also ich meine, ist das etwas, was wir als Menschen brauchen oder lassen wir uns dann besser dafür täuschen oder glauben, dass dieses Gerät plötzlich intelligent geworden ist, weil das halt jetzt irgendwie emotionaler antwortet oder mal irgendwie so stottert oder irgendwie gestutzt und irgendwie mal kurz lacht zwischendrin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das der optimale Weg für diese ganze Geschichte ist, aber es ist natürlich fast definitiv faszinierend zu beobachten und macht das Ganze natürlich sehr unspröde, als wenn du jetzt einfach so einen Assistenten hast, der alles sehr nüchtern beantwortet. Jaja, aber das ist schon ein Punkt. Also Apple hat ja bislang Siri eben so als Maschine wirklich dargestellt, als etwas, was eindeutig als maschinelles Interface zu erkennen ist. Und ich habe vor einigen Wochen mal so einen Begriff gelernt, der in diesen Tagen halt häufig in der Diskussion ist, das sogenannte Uncanny Valley. Also dieser Bereich, wo dann Computer so nah an Menschen rankommen und gleichzeitig aber eben nicht den Realismus, wirklich den Realismus gerade erreichen, dass es spooky, unheimlich und ja, beängstigend ja gerade schon wirken könnte. Und diese Demo von GPT4O, die ging ja schon ein Stück weit eben in diese Richtung, dieses, dass dann eben diese Computerstimme dann so rumkicherte, so unmotiviert und man irgendwie so nicht wusste. Also weiß ich nicht, dass so ein bisschen so dieses Unbehagen, was führt das Ding noch im Schilde? Warum kichert er es jetzt gerade? Hast du gerade was Blödes gesagt oder lacht es sich über dich tot, weil du doof bist im Vergleich dazu und so weiter? Und diese Angst hast du bei Siri ja nicht. Also du hast bei Siri ja nicht, du bist ja schon froh, wenn sie ihre Hauptgedanken auf Vordermann kriegt, aber dass sie Hintergedanken haben könnte. Darauf kommt man bei Siri ja nun überhaupt nicht drauf, auf die Idee. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Apple diese Frage auch sehr intensiv diskutiert hat, weil sie sich ja schon, glaube ich, bei ihren Produkten erfahrungsgemäß mehr ja auch eben mit der Frage beschäftigen als andere. Nicht nur, was ist technisch möglich, sondern wie kommt es bei den Menschen denn auch an? Wie wird es denn empfunden? Und ja, nicht alles, was da momentan technisch möglich ist, ist vielleicht sinnhaft, dann auch in den Alltag der Menschen hineinzutragen, jenseits der Labore. Also da bin ich auch gespannt. Ich bin generell gespannt, inwieweit Siri überhaupt tankiert sein wird von diesem ersten KI-Wurf. Ich glaube, es ist im Vergleich zu den anderen Funktionen, die wir schon diskutiert haben, auch ein ungleich größeres Feld, auch mit dem Risiko der schwierigen Kontrollierbarkeit, dass da rumhalluziniert wird, und ganz merkwürdige, nicht für Apple positiv ausgehende Dinge passieren könnten. Ja, mal schauen. Ja, für Apple ist das ja ein Albtrauen letztlich. Also die Kontrolle ist, glaube ich, dem Konzern so wichtig nach wie vor. Das haben wir ja auch schon in anderen Sendungen besprochen. Das ist irgendwie so ein Schlüssel für alles. Und diese Vorstellung, ich meine, Siri hat ja auch, also ein bisschen, wie soll man sagen, Persönlichkeit hat ja Apple auch versucht, Siri einzuhauchen. Und da gab es natürlich auch die Witzchen, die HiSiri machen kann. Aber die sind ja ganz klar vorgeschrieben. Also die bewegen sich sozusagen. Aus Siri kommt kein Witz raus, den nicht vorher irgendwie wahrscheinlich fünf Teams abgenickt haben und dann noch mal einer oben drüber geschaut hat, ob dieser Witz jetzt wirklich okay ist. Und das heißt, wenn du jetzt plötzlich da ein Sprachmodell reinschiebst, wo du vielleicht eine ganz andere Form von Erwiderungen rausbekommst, oder sei es halt dass plötzlich irgendein rassistischer Witz kommst. Also ich meine, die Grenzen sind ja auch schnell überschritten an diesen Punkten. Und ich, also deshalb, deshalb diese, diese befeuerte durch Sprachmodell, ein befeuertes, durch Sprachmodelle befeuertes Siri-Assistenzsystem. Also ich bin so neugierig, was wie Apple das schafft, da diese Kurve zu bekommen und diese zwei Sachen unter einen Hut zu bekommen, Kontrolle und zugleich halt eine lebhafte, lebhafte Interaktion und weitreichende Antworten zu viel mehr Themen als diese rein vorprogrammierten Floskeln aus der Dose praktisch, die halt alle wirklich manuell eingespeist sind. Das ist ja ein ganz anderes Level. Also ich sag mal, wenn es nach Apples Wege geht, mit solchen Gefahren umzugehen, müsste es eigentlich so ein Splash-Screen geben, wo da gefragt wird, willst du wirklich dich in dieses Haifischbecken der offenen Welt begeben? Weil das kennen wir ja nun schon von dem Kontext, wenn man auf externe Webseiten gehen möchte und dann dieser Warnhinweis von diesem bösen Web dann da kommt. Insofern, weil du sagtest, dann Kontrollverlust, das ist ja in der Tat ein großer Punkt, der Apple sicherlich auch bewegt hat und der ganz sicher in diese Entscheidung reingespielt hat, was wir da sehen werden, wie weit Apple denn tatsächlich sich da öffnen möchte. Und ich könnte mir auch vorstellen, trotz allen Drucks, den sie da momentan erfahren durch den Markt und durch die Analysten und die Investoren, werden sie dennoch standhaft bleiben, was ihre innersten Werte angeht, weil dafür haben sie sie einfach in den letzten Jahren zu intensiv ja auch weiterhin verteidigt und aufrechterhalten. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie im Handstreich die mal eben alle beiseite wischen, nur weil das KI-Thema gerade da drängt. Es ist halt faszinierend zu beobachten gewesen, dass sich Apple relativ lange ja gegen diesen KI-Begriff oder KI oder AI sich wirklich geweigert hat, diesen Begriff praktisch öffentlich groß zu verwenden und natürlich immer auf maschinellem Lernen und so diesen ganz schlichten, klassischen Beschreibungen zurückgefallen ist, die eigentlich auch unterm Strich, muss man sagen, ja die besseren Beschreibungen sind. Eigentlich, all das ist keine KI, was wir da sehen. Also ja, also zumindest es ist künstlich, aber intelligent. Und dann haben sie trotzdem gemerkt, es führt kein Weg mehr daran vorbei. Also KI ist jetzt da auf Gedeih und Verderb als Schlagwort, als Oberbegriff. Da fallen ja so viele verschiedene Funktionen auch drunter und die Sprachmodelle sind natürlich das Größte oder jetzt Beeindruckendste davon, bei dem man vielleicht auch sagen kann, bei dem Apple am weitesten zumindest gefühlt im Hintertreffen ist, weil sie da ja praktisch nichts öffentlich zu bieten haben, während sie ja sozusagen andere KI-Funktionen an unzähligen Stellen bereits in ihren Betriebssystemen drin haben. Also ja, und da sind wir vielleicht auch noch nicht, wir haben ja eben die Samsung-Sachen besprochen, da sind sicher auch noch viele Elemente, die einfach kommen müssen und kommen werden, auch kleine Funktionen, aber dieses große Sprachmodell oder irgendwie die muss ja nicht ein Sprachmodell, aber halt verschiedene Sprachmodelle, die verschiedene Aufgaben haben und halt teilweise lokal sind und teilweise in der Cloud und wir haben ja auch das durchaus offensichtlich handfeste Gerücht, dass Apple ja auch mit OpenAI spezifisch irgendeine Form von Partnerschaft ankündigen wird, also ob sie das ein Teil von GPT 4.0 jetzt integrieren werden in, sei es Siri oder an anderer Stelle, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, wir hörten ja auch schon über eine Kooperation mit Google, die da eben kommen könnte, also auf jeden Fall, denke ich mal, werden sie sicherlich für den, mindestens für den Anfang da die Nähe suchen zu einem der großen, weiter fortgeschrittenen Anbieter, so wie sie das in Hardwarefragen ja auch gemacht haben, also Apples Weg ist ja eben da auch pragmatisch zu sein und zu sagen, wir wollen für die Kunden da einfach erstmal jetzt Moment das Beste haben, was nicht heißt, dass Apple seinen eigenen Weg eher dann in der Eigenentwicklung dann irgendwann sieht und dass sie dann eben an eigenen KI-Lösungen feilen, um sich dann auch schnell wieder unabhängig zu machen. Ich meine, man denke nur mal daran, dieses wechselhafte Verhältnis zu Google oder auch damals war ja sogar eine Facebook-Integration in iOS oder iPhone OS drin, also es ist ja nichts undenkbar, aber es wächst sich dann heraus, wenn Apple dann eben in der Position ist, dass sie das nicht mehr unbedingt machen müssen. Und ich meine, der schnöde Punkt ist am Schluss, es hat halt im Moment praktisch niemand anders die Kapazitäten, um auf Apples Nutzerzahlen und letztlich Ansprüchen etwas cloudseitig zu liefern, außer vielleicht eben Google natürlich so oder so, OpenAI und Microsoft mischt da natürlich auch mit und fährt aber auch seine eigene Schiene. Also OpenAI und Google sind in dem Fall einfach natürlich Partner, viel mehr Auswahl gibt es an einem gewissen Punkt nicht mehr und OpenAI ist da vielleicht sogar für Apple noch naheliegender, weil es halt eben nicht ein direkter Konkurrenz wie Google ist, könnte man vielleicht zumindest sagen. Die Frage ist halt, wie sehr sieht Apple das sowieso als eine Bedrohung? Also ist KI generell auch für Apple ein so bedrohliches Szenario, weil halt all diese Sachen, die bis jetzt das iPhone und auch iOS ausmachen, halt unter Umständen so schrittweise in den nächsten Monaten und Jahren verschwinden werden, weil wenn wir jetzt einfach nur noch mit unseren Geräten sprechen und Apps keine Rolle, native Apps keine Rolle mehr spielen und das Betriebssystem eigentlich keine richtige Rolle mehr spielt, sondern nur noch diese KI, diese Sprachmodelle, die praktisch ein Level oben drüber sitzen, dann ist Apple plötzlich in einer Situation, in der sie eigentlich nicht mehr nicht sein wollen, nämlich dann sind sie wirklich nur noch der pure Hardware-Lieferant und der war Apple eigentlich noch nie so richtig oder wollte es zumindest nie sein und wenn sie es waren, war es immer schlecht für Apple. Ja, also das heißt, da müssen sie natürlich, müssen sie mitschwimmen auf der einen Seite und eben auch die Kontrolle darüber behalten, dass ihnen dann nicht andere dieses Level halt, wenn wir da jetzt wirklich diesen großen Shift erleben, den wir zum letzten Mal halt beim Umstieg auf Mobilgeräte gesehen haben und jetzt den nächsten großen Shift erleben in Richtung, KI ist halt das neue, ist die neue Plattform, dann muss da Apple sehr schnell auch präsent sein. Ich glaube ja, dass Apple bislang sein Wohl beim Thema KI, du hast es ja vorhin so schön gesagt, die Begrifflichkeit Machine Learning gesucht hat, also dass sie KI, sie sind ja nun, was die Hardware angeht, das betonen sie auch mal wieder, haben sie ja sehr früh eigentlich schon die Zeichen der Zeit erkannt und haben entsprechende Hardware mit der Neural Engine verbaut, als viele sie noch dafür belächelt haben, als gesagt wurde, wofür braucht es denn diesen Chip zum jetzigen Zeitpunkt, was soll der, denn es gab ja anfangs auch gar nicht so viele Anwendungen dafür zum Betriebssystem und heute zeigt sich, das war ein sehr weiser und ein sehr kluger Entschluss, der sie jetzt auch in eine sehr vorteilhafte Position bringt, dass egal, was sie jetzt bei der WWDC herausbringen oder vorstellen für den Herbst, das vermutlich auch sehr weit rückwärtskompatibel sein wird, weil die Hardware ja definitiv ausreichen wird, um es zu machen. Ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist einfach so die Philosophie-Frage, dass Apple eben fürchtet tatsächlich einerseits die Kontrolle aufgeben zu müssen, andererseits die von ihnen auch geliebten Elemente und die Art und Weise, wie das Betriebssystem, das Ecosystem funktioniert, dass das jetzt durch eine Entwicklung von außen in Frage gestellt wird, für einmal nicht eine regulatorische oder juristische Einflussnahme, sondern eine sozusagen eine Abstimmung mit den Füßen, die da droht, der Nutzer, die eben dann sich dann jetzt da umorientieren, Ausgang ungewiss. Apple auf jeden Fall hat ja bislang einfach das Thema mit Machine Learning ja auch im Wortsinne unter der Haube gesehen. Also sie, das konnte man ja bei allen Features sehen, du sollst eigentlich nicht viel mitkriegen davon, wie etwas funktioniert. Du musst auch diese Begrifflichkeiten eigentlich nicht kennen, das ist irgendwo unten im Maschinenraum und du erfreust dich nur daran, dass die App wundersame Dinge kann, wie zum Beispiel ja eine Fotos-App ja schon längst, dass du den Löwen wiederfinden kannst, den du vor fünf Jahren im Berliner Zoo fotografiert hast und solche Sachen. Und jetzt werden sie ja in eine Erwartung gedrängt, dass sie eben dem Nutzer mit in Interaktion bringen mit diesem, was sie bislang eben im Maschinenraum verborgen haben. Und auch da ist ja die Frage so, wenn Apple zu etwas gedrängt wird, wie elegant gelingt ihnen dann dieser Wandel? Also die Frage, glauben sie selber daran, wird sich ja auch daran zeigen, wie glaubhaft gut das im System integriert ist oder ob es nicht eher dann so, naja, ich meine, wir haben ja in jüngster Zeit gerade in Europa Elemente gesehen, wo Apple etwas machen musste, was sie aus freien Stücken nie gemacht hätten und wo dann sicher auch zeigt, wie Apple dann so ein bisschen laviert zwischen auf der einen Seite sich selber treu bleiben und auf der anderen Seite nur das Nötigste zu machen. Ja, 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 also die Spagate werden auf jeden Fall wild werden, glaube ich, die sie da leisten müssen, absolut im Sommer, also das ist sicher, deshalb, also die BWDC dieses Jahr wird ohne Zweifel eine der spannendsten BWDCs der letzten Jahre. Was uns dazu führt, wenn du nicht noch was zu GPT-4O hast, wo Apple punkten könnte, also wo sie so ihre Alleinstellungsmerkmale haben könnten, jetzt mit Blick auf die ganze KI-Entwicklung. Ein Punkt, den greife ich mal vorweg, weil du hast ihn vorhin schon mal so angetönt, das ist ja diese ganze Sache mit, das Ganze ist nicht nur Cloud-basiert, es ist on-device. Ja, ich glaube, eben, da sind sie gut aufgestellt, auch natürlich, weil sie zumindest diese Neural Engine, ja, ich glaube, seit 2000, also seit vielen Jahren, fünf Jahren mindestens, in Geräte integrieren, das heißt, vielleicht wird dann, also ich meine, wenn es, wird dann sicher die, vielleicht die ein oder andere Funktion geben, die halt einen relativ neuen Chip voraussetzt, aber ich würde auch davon ausgehen, wie du eben auch schon sagtest, dass da das meiste, was wir jetzt sehen werden in den Betriebssystemen auf der Hardware der letzten paar Jahre auf jeden Fall läuft, also das nicht irgendwie M4 plötzlich Voraussetzung sein wird, das halte ich für absurd. Lass mich da gerne vom Gegenteil über negativ überraschen, weil das wäre natürlich sehr traurig für alle, die kein M4-Gerät haben, was ja ein bisschen lang nur beim iPad Pro vorhanden ist, aber ja, ich glaube, dass sie da versuchen, relativ weit zu fassen und das, was natürlich cloudseitig läuft, ist ja praktisch sowieso unabhängig von der Hardware, die in dem Gerät ist. Das war ja auch der Witz bei dieser, bei dieser Pressemitteilung, die sie zum MacBook Air rausfallen haben lassen, dieser MacBook Air als bester KI-Laptop und dann waren irgendwie drei Beispiele von irgendwelchen Cloud-KI-Sachen so, ja gut, ein Browser, ein Browser ist schon auch integriert bei MacBook Air und im Moment lässt sich damit natürlich auch viel retten und das Interessante ist ja, sobald man auf die lokalen Modelle geht und auch auf die Hardware-Integration von KI, da kommen wir ja auch so ein bisschen in ein Element, was Apple auch sehr gerne mag, nämlich es kurbelt halt den Verkauf von Hardware natürlich unter Umständen auch an und das ist auch eine Stärke von Apple, den Verkauf von Hardware durchaus anzukurbeln und damit werden sie natürlich, das wird auch etwas sein, was sie, eine Schiene, die natürlich da mit reinspielt, also sie haben das jetzt auch bei Microsoft, da kommen wir gleich noch zu, bei Microsofts Konferenz glaube ich sehr stark gesehen, dass da jetzt auch die PC-Branche, ja durchaus, die PC-Hersteller-Branche, dass die durchaus darauf hoffen, dass wir nochmal jetzt einen neuen Zyklus, nachdem wir sozusagen diesen riesen Corona-Zyklus hatten, wo Leute wie verrückt halt Laptops und Tablets auch gekauft haben und da Apple unglaublich auch von profitiert, natürlich auch viele andere Hersteller unglaublich von profitiert und dann kam der große Knick, weil halt die Leute plötzlich nicht mehr in großen Mengen diese Geräte gekauft haben und jetzt könnten wir an einem Punkt sein, wo wir nochmal so etwas sehen, unter der Voraussetzung, dass wir halt wirklich KI-Funktionen haben werden auf diesen Geräten, die tatsächlich so reizvoll sind, dass du halt wirklich wieder so einen Upgrade-Zyklus fahren kannst damit. Ja, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also einerseits ja, dass Apple das große Geschäft wittert, sie haben jetzt ja auch beim iPad Pro eben mit dem M4 ja schon so vorgebaut, dass sie dann eigentlich die nötige Hardware jetzt schon so langsam in Stellung bringen. Wir werden vielleicht auf der WWDC auch Macs sehen, neue, die auch schon in die Richtung gehen, dass sie auf jeden Fall vorbereitet sind, aber ich glaube vor allem, dass sie eben auch ihre Chance sehen, dass sie eben diejenigen abholen, die KI vielleicht nicht komplett ablehnen, aber doch zumindest sehr skeptisch sind mit der Frage der Datenabflüsse, dessen, was deiner Cloud verarbeitet wird, inwieweit du als Nutzer gläsern wirst und das ist ja so, da verschränken sich so die verschiedenen Eigenheiten und Vorzüge dann von Apple, dass sie dann eben ihr Lieblingsargument Datenschutz einmal mehr spielen können und dann die Nutzer abholen können, die vielleicht jetzt bislang bei KI zurückhaltend sind, aber dann, wenn sie wissen, es findet On-Device statt oder es gibt weitere Garantien, dann vielleicht ihre Skepsis ein wenig fallen lassen und dann auch das nutzen möchten. Ja, und hoffentlich eben mit verknüpft mit Funktionen, die halt so handfest und greifbar von Vorteil sind und nicht einfach nur so ein Demoszenario sind, was sich halt schön präsentieren lässt, aber im Alltag eigentlich keinen Unterschied macht. Also das ist das, was ich mir zumindest von Apples nächsten Betriebssystemen besonders wünsche, dass sie sich wirklich sehr genau überlegt haben, wo du wirklich nützlich damit wirklich den Nutzer am Schluss weiterbringst, seien es Einzelfunktionen, vielleicht auch kleine Funktionen oder eben die größeren Sachen wie halt die Notizen-App, die dann halt wirklich genau dir Auskunft geben kann über deinen eigenen Fundus an Notizen und Aufzeichnungen und transkribierten Sprachaufzeichnungen und all diese Sachen kann man ja so schön verbinden und wenn eben diese Sprachmodelle natürlich dann auch und auch Apples Sprachmodell oder Modelle in der Lage sind, halt auch Kontext herzustellen und damit halt Fragen immer cleverer zu beantworten, weil sie halt wirklich verstehen, was die vorausgehenden Fragen waren und worum geht es eigentlich gerade und dieses ein bisschen größeres Kontextfenster haben, dann könnten wir da schon hoffentlich gute und erfreuliche und interessante Ergebnisse am Schluss finden, die jetzt auch gar nicht in die Richtung zielen, dass da halt wirklich ein Sprachmodell irgendwie völlig frei Sachen vor sich her spricht, sondern du hast dann halt immer einen sehr klaren Datensatz, mit dem du letztlich arbeitest und da sehen wir ja bis jetzt auch schon auch bei den anderen KI-Modellen sieht man ja, dass die besten Ergebnisse kommen eigentlich heraus, wenn du halt einen festen Datensatz hineinwirfst und mit dem Sachen machst. Ja, ich könnte mir das auch vorstellen und dass es auf den ersten Blick vielleicht unspektakulärer aussieht, als es dann ist, weil natürlich die Mitbewerber sehr stark jetzt auf Aha-Effekte setzen, die machen da ganz wundersame Dinge, dass die ganze Filme dann jetzt so zumindest in Clips jetzt schon mal nachstellen, dass sie auch im Bereich mit Sprache arbeiten und ja, multimediale Inhalte erstellen, da sehr, sehr, sehr weit gehen, aber eigentlich ja nicht fundiert weit gehen, sondern eigentlich eher so Machbarkeitsstudien machen, also zeigen, was denn potenziell möglich ist und irgendwann kann man mal mehr als 10 Sekunden bearbeiten und jeder kann es nutzen, weil die Server jetzt sonst überlastet werden. Ich glaube eben nicht, dass Apple sowas machen wird. Ich glaube, dass Apple eben wirklich dann eben den sehr praktischen Ansatz erstmal wählt und das wird vielleicht dann vermeintlich erstmal nicht so spannend für den einen oder anderen aussehen, aber entscheidend ist ja nachher, was im Alltag ankommt und ich glaube, daran werden sie auf lange Strecke auch gemessen. Also wir werden ja die Bilanz, die wir in einem halben Jahr ziehen werden zu sechs Monaten mit iOS 18 respektive iOS 18 Beta wird ja dann die sein, was ist denn davon geblieben, was sie uns gezeigt haben? Was ist wirklich, was ändert denn unseren Benutzungsalltag? Und ich glaube, diese Hürde ist viel schwerer zu nehmen, als mal eben jetzt so ein bisschen so ein Effektfeuerwerk zu zünden und zu sagen, hey, guck mal, toller Taschenspielertrick, den wir da entwickelt haben. Ja, und die andere Stärke von Apple und auch etwas, was ich einfach erwarte, ist, dass sie natürlich all diese Geschichten sehr nahtlos in ihre Betriebssysteme, in die Bedienoberfläche integrieren, sodass die halt vorhanden sind, wenn du sie brauchst, diese Modelle und dann du damit einfach auch arbeiten kannst. Und wir sehen ja auch bei den anderen sehen wir diese Tendenz schon dazu. Also auch Google hat das ja für Android jetzt praktisch gezeigt, dass das natürlich auf Systemebene einen Schritt tiefer integriert ist, sodass ja irgendeine Form von Sprachmodell ist halt immer greifbar, sei es über die Tastatur oder es hilft dir beim Schreiben von Texten oder gibt dir halt irgendwelche, gibt dir halt vielleicht irgendeine Idee, wie du was schreibst oder hilft dir dabei, halt eine E-Mail richtig irgendwie passend zu formulieren in einer bestimmten Tonart und so. Ich meine, Schreiben ist ja was, womit sich viele Leute sehr quälen. Also auch simple Texte zu schreiben, das ist etwas, was oft eine große Herausforderung sein kann oder die richtigen Worte zu finden. Und man kann sicher darüber diskutieren, ob Sprachmodelle immer die richtigen Worte finden, aber sie finden zumindest meistens Worte und sind auch ganz gut im Imitieren von typischen Floskeln zumindest. Und manchmal reicht es dann auch und hilft einem vielleicht dann schon weiter tatsächlich. Ja, Ja, das ist ja zumindest ein Startpunkt dann häufig, von dem sich dann da ausgelehnt ist. Aber ich gebe dir recht, also die nahtlose Integration, da ist KI ja auch schon einen weiten Weg gegangen. Wenn man zurückdenkt, so an die Anfänge generative Bild-KI mit Journey, wo man nur über den Discord-Server da ganz umständlich irgendwas hervorrufen konnte, das hat mich persönlich sehr abgeschreckt am Anfang. Mittlerweile haben ja auch die großen Player, so wie Microsoft jetzt auch und sein System mit OpenAI oder Google ist ja verstanden, das schon schlauer und nahtloser an ihre Systeme zu integrieren. Aber da ist Apple ja in der Tat traditionell ja eben immer eigentlich einen Schritt weiter, weil sie die Dinge da tiefer durchdenken, weil sie aber auch den Vorteil haben des geschlossenen Ecosystems, wo sie einfach dann auch die Regeln viel freier selber gestalten können als das andere können, die jetzt dann multiple Endgeräte zum Beispiel unterstützen müssen. Ja, jetzt haben wir die anderen Namen schon genannt, Microsoft, Google, beide haben jetzt ja Entwicklerkonferenzen abgehalten. Traditionell ist das ja immer so, dass sie das vor Apple machen, wenn Apple im Juni dann da dran ist und ein Punkt, der eigentlich ganz interessant ist, ist mit der Vorbereitung der Sendung wieder so drauf gestoßen, aber da ist Apple ja auch noch wirklich auf Null. Das Thema KI oder Machine Learning in der Frage der Entwicklung ist eine Entwicklerkonferenz und ja, ein Chatbot in Xcode, der mir dabei hilft, jetzt dann meine Funktion dann da hinzuschreiben, den sucht man ja bislang vergebens und ebenso ist es ja auch sonst eher dünngesät, das Thema Machine Learning. Ich weiß gar nicht, da steckt mit Sicherheit irgendwas drin, wahrscheinlich in den Automationen, die man da machen kann zum Testing und so, aber so richtig plakativ viel ist ja momentan in Apples Entwicklertools an KI nicht drin. Das ist doch auch eine große Baustelle, oder? Ja, das ist eine Riesenbaustelle und das wäre absurd, wenn sie da nicht irgendwas präsentieren und ich glaube, das ist auch eine Baustelle, die auf der anderen Seite relativ überschaubar ist und man in klaren Grenzen irgendwie fahren kann. Also ich glaube, da musst du nicht allzu viel fürchten, dass dieses Sprachmodell völlig einen Unsinn ausgibt, weil du natürlich auch vielleicht einen klaren Fundus an Trainingsdaten hast und damit noch ein bisschen die Kontrolle auch bleibt darüber und nicht zumindest von außen betrachte, denke auch, dass das was ist, was Entwickler wirklich auch tatsächlich fordern bis zu einem gewissen Punkt und das ist etwas, was Xcode nicht einfach links liegen lassen kann. Also sonst kommt, ist das auch das für Apple ja eine Gefahr, das links liegen zu lassen, weil Leute vielleicht dann auch zu anderen Programmierumgebungen mal wechseln oder sich vielleicht was anderes anschauen und merken, dass da ganz interessante Möglichkeiten sind und das ist für Apple sicher auch eine Gefahr, weil ja, damit gräbst du natürlich an deinem App-Ökosystem und das kann sicher nicht im Interesse sein von Apple und auch nicht im Interesse der Nutzer, weil wir sind natürlich jetzt gewohnt, dass wir jetzt mindestens auf dem iPhone natürlich ein hervorragendes App-Ökosystem haben. Ich glaube tatsächlich, dass bei der Entwicklung, weil Apple ja schon mehr oder weniger das Monopol darüber hat mit Xcode und dem Zugang zu Apples Developer-Tools, dass sie da wahrscheinlich weniger Stress jetzt oder weniger Druck jetzt haben als bei den Smartphone-Betriebssystemen an sich, wo die Alternative, ich kann zu Android wechseln, ja, für viele ist die Schwelle niedriger. Aber die Erfahrung lehrt ja auf der anderen Seite, dass Apple nie gut beraten ist, es sich mit seinen Entwicklern zu verscherzen, dass eben da eine gute Grundstimmung in der Entwicklergemeinde unglaublich wichtig ist. Einfach auch, ja, je glücklicher die Entwickler sind, desto bessere Apps bringen sie hervor. Und zum anderen ist das natürlich auch so, muss man ganz klar sagen, viele Entwickler werden ja jetzt schon mit KI arbeiten und es ist sicherlich so, dass der Effizienzgewinn gerade für den einzelnen Entwickler durch KI-Anwendung so groß ist, dass die auch quantitativ mehr Apps hervorbringen und sicherlich auch qualitativ bessere Apps hervorbringen, weil sie sich nicht an irgendwelchen Detailproblemen festbeißen, wie das früher halt war, wo man dann irgendwelche Referenzen gewälzt hat, Stack Overflow durchgelesen hat und so weiter und so fort. Also das ist ja sehr wohl auch in Apples bestes Interesse, um den App Store und das ganze App-System, Ecosystem weiterzubringen, da die Tools entsprechend aufzubohren und den Realitäten der Entwickler anzupassen. Aber da bin ich auch sehr gespannt, also in welchem Umfang sie das machen werden und sicherlich auch, wie die Entwickler das beurteilen werden im ersten Schritt, weil die ja jetzt schon durch Co-Pilot und andere Sachen ja eben ja schon auch Maßstäbe haben für ihr Tun. Ja, ich meine, auf der anderen Seite führt halt an X-Code natürlich letztlich auch kein Weg dann dran vorbei. Also das heißt, auch kleine Schrittchen werden da wahrscheinlich sehr wohlwollend aufgenommen, würde ich vermuten, weil sie halt dann einfach eine Verbesserung darstellen zu der jetzigen Non-Existenz von irgendeiner Form von KI-gestütztem Programmieren jetzt direkt in X-Code. Man kann es natürlich immer auf andere Ecken ja auch ausweichen. Aber ja, also ich glaube, da kann Apple eigentlich wenig falsch machen, außer das Thema völlig zu ignorieren und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen dieses Jahr. Dann gab es ja die Ankündigung auf der Microsoft Build Co-Pilot auch für persönliche Assistenten einzusetzen. So das, da denke ich so an diese Bestrebung von Apple proaktives iPhone. Du erinnerst dich vielleicht, dass das iPhone proaktiv mitdenkt. Was es ja macht tatsächlich auch, also bei mir versucht es ja hin und wieder mal so in der Autonavigation in CarPlay beliebte Routen anzuzeigen, wobei das manchmal auch ganz schön daneben geht. Aber da wäre ja eigentlich noch viel mehr denkbar, dass du wirklich dann eher so einen Assistentenmodus auch hast für viele Dinge. Ja, Microsoft hat es gezeigt und Google hat eigentlich auch was Ähnliches gezeigt. Beides waren Konzepte, die so ein bisschen stark auf den, ja eigentlich auf den geschäftlichen Einsatz auch abzielen, hatte ich den Eindruck. Also gerade so für Team-Koordination und Projekt-Koordination, dass du da praktisch eine KI hast, die dir irgendwie hilft, das zu managen, auch vielleicht irgendwie Termine abzustimmen oder sowas. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass da viel Potenzial ist und das kriegst du natürlich auch auf den einzelnen Nutzer runtergebrochen, dass die Idee, dass du eben diesen wirklich persönlichen Assistenten hast, der dir tatsächlich in irgendeiner Form zur Seite steht, hilfreich, das ist natürlich eine sehr schöne Idee. Da bin ich natürlich gespannt, weil du hast es gerade schon angesprochen, also die Funktionen, die jetzt schon da sind, die eigentlich auch auf dem Papier durchaus interessante Funktionen sind, funktionieren im Alltag halt nur beschränkt. Also wenn man sehr klare Routinen hat oder zum Beispiel sehr ähnliche, ich fahre immer um 8.30 Uhr ins Büro, dann funktioniert das jeden Tag, von Montag bis Freitag. Dann funktioniert das zum Beispiel ziemlich gut. ist das, weil dann sagt dir, weiß das iPhone das und dann sagt es dir ziemlich sicher eben die Fahrzeit, mögliche Staus voraus und gibt dir dann gleich die Route. Das funktioniert normalerweise eigentlich toll oder wenn du immer zur selben Zeit, am selben Tag an den selben Ort fährst, dann funktioniert das und das ist halt vielleicht dann auch zu wenig, weil all unsere Leben sind halt oft neben aller Routine auch mit allerlei Dingen verbunden, die ja doch anders sind und jeden Tag dann auch anders laufen und dann bricht halt dieser sonst sehr nützliche Assistent bricht halt und wenn halt natürlich du mit einem Sprachmodell in der Lage bist, das Kontext versteht und auch Änderungen an diesen Routinen versteht und da kommen wir irgendwie so zwischen dem, was ich eigentlich auch als Unterschied zwischen maschinellem Lernen und KI dann begreifen würde, weil das maschinelle Lernen ist in Anführungszeichen das geht, das basiert eben nur auf diesen Routinen, die halt irgendwie erlernt werden und dann machst du, baust du eine Funktion da oben drauf und wir sind jetzt eigentlich oder hoffentlich irgendwie an der Grenze zu dieser Stufe, dass wir da eben eins oben drüber kommen und dass wir ein System haben, was tatsächlich ein bisschen, zumindest ein bisschen mitdenkt und dann vielleicht tatsächlich auch die nützlicheren Assistenzfunktionen unterm Strich liefert. Würde ich mir zumindest sehr wünschen, auch wenn ich noch nicht so richtig das Gefühl habe, ob wir da so ganz konkret was von Apple sehen werden. Das nächste Thema rund um die Vorstellung ist jetzt die Hardware, gerade bei Microsoft wurde ja einiges vorgestellt, jetzt neue Geräte. Wie siehst du die jetzt im Kontext der letzten Apple-Neuerscheinung oder generell mit Blick auf Apple? Einige handeln ja gerade dieses Thema, dass Microsoft jetzt wieder auf ARM-Chips übergeht, Intel den Rücken kehrt als Zeichen, dass sie jetzt dann nochmal so eine Offensive starten, was im ersten Anlauf ja damals nicht so ganz geglückt hat. Ja, es war halt faszinierend zu beobachten, dass Microsoft ganz offensichtlich besessen vom MacBook Air ist. Also das ist wirklich, auch wenn man Microsofts Mitteilungen und sich Aufzeichnungen, es wurde ja erstaunlicherweise nicht live gestreamt, die Veranstaltung, wenn man sich das anschaut, da ist also, es kommt, das Wort MacBook Air kommt erstaunlich oft vor und es war halt der Referenzwert, das ist das Referenz-Laptop der Branche seit vielen Jahren eigentlich umso mehr, seit Apple halt seine eigenen Chips da rein gebaut hat und es damit wirklich auf ein anderes Niveau nochmal gehoben hat und es ist halt faszinierend zu sehen, dass Microsoft jetzt auch, also all diese Schritte und auch diese Idee halt, dass du halt eine Neural Engine, ich behakel mich schon wieder bei dem Wort, ich wollte es extra üben, in die Chips integrierst, um halt diese Prozesse, die KI-Prozesse halt auszulagern, da setzen sie ja auch sehr stark drauf und da kann man dann drüber diskutieren, funktioniert das dann am Schluss, von der Leistung her ist es dann schneller oder da werden wir sicher bald interessante Vergleiche ziehen können zwischen dem, was Microsoft da jetzt gemacht hat und was Apple dann jetzt gemacht hat oder jetzt auch dann mit den Betriebssystemen noch dazu liefert. Ist auch lustig zu beobachten, dass sie dann eben auch eine Taste, also eine Co-Pilot-Taste halt auf ihren Laptops integriert haben. Ich weiß nicht, ob wir wirklich brauchen eine Siri-Taste. Also sind das Dinge, die so essentiell sind? Auf der einen Seite kann man das Argument glaube ich schon führen. Ich weiß noch nicht, ob eine Taste so super zielführend dafür ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Funktionstasten für alle möglichen sonstigen Funktionen des Betriebssystems und damit glaube ich, ist es wahrscheinlich legitim genug zu sagen, ja, baust halt irgendwie auch eine eigene KI-Taste halt auf den PC, zumal es halt wieder bei dem Vermarktungspunkt sind. Aber Microsoft geht da halt schon vollumfänglich heran. Also ich meine, man hat gesehen, dass sie ja sehr schnell in ihre Office-Apps und so weiter halt natürlich Co-Pilot integriert haben, in den Browser integriert haben, an allen möglichen Ecken und Enden halt Co-Pilot integriert haben und du halt immer die Möglichkeit hast, ganz schnell zu sagen, Co-Pilot, fass mir halt das zusammen und genau diese Sachen, ja, gib mir halt irgendwie, übersetz mir das, gib mir eine Zusammenfassung, so diese Basisfunktionen, sind halt sofort greifbar und das fehlt in macOS zum Beispiel, fehlt das im Moment eigentlich. Ich meine, du kannst ja das alles mit so Dritt, mit Drittsoftware kannst du dir das ja alles bauen, aber es ist halt, das ist was, was letztlich Teil des Betriebssystems sein muss und sollte, vielleicht auch sollte und wir haben natürlich jetzt eine sehr interessante Ankündigung gehabt, die bei Microsoft auch dazu kam und das ist diese Recall-Funktion und das ist die Idee, dass der Computer sich natürlich alles ja mitschneidet oder merkt und alles sieht, was du tust und sich das eben auch aufzeichnet. Ich meine, das machen Computer ja bis zu einem gewissen Grad ja sowieso schon, aber halt auch in der Form, dass es halt wie auf einer Art Zeitleiste durchsuchbar ist und dass du natürlich eben in diesem Fundus nach bestimmten Begriffen forschen kannst und schauen kannst, dass du halt irgendwas wieder findest, was du halt drei Stunden früher irgendwo gesehen hast, in irgendeiner Applikation gesehen hast. Also das ist natürlich auf der einen Seite super faszinierend. Es gab ja auch dieses Rewind diese Rewind-Software für macOS, die praktisch dasselbe machen soll. Aber das ist natürlich was, was letztlich auf Betriebssystem-Ebene ablaufen muss. Ich weiß nicht, ob wir an den Punkt kommen, wo manche Nutzer sagen werden, damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich will nicht, dass mir mein, dass mir mein Mac oder PC, egal, mein Computer dauerhaft über die Schulter schaut. Natürlich, man kann es immer abschalten und so weiter. Diese Optionen hast du ja, aber dieses Gefühl, okay, ich werde jetzt wirklich dauerhaft praktisch alle meine Aktionen, alle meine Tätigkeiten auf diesem Computer werden in irgendeiner Form mitgeschnitten. Sei es auch nur lokal, sei es nur auf dem Gerät, sei es nur für mich selbst, für meinen eigenen Einsatzzweck. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Und ich glaube, wir sind auch an so einer gefährlichen Stelle und die muss ja Apple auch, das ist auch einer dieser Spagate, die sie irgendwie hinbekommen müssen, dass du halt alle, all deine Nutzer und Kunden halt mitnimmst in diese Zukunft und ich weiß nicht, ob alle inzwischen so gewillt sind auf diese, also ich meine, in der Branche ist der KI-Hype sehr stark in der Branche, aber ist der halt auch draußen bei allen Kunden und Käufern am Schluss so stark oder werden wir da doch auch Gegenbewegungen sehen und Leute sehen, die wirklich sagen, nee, ich benutze jetzt nur noch einen alten Computer und ein altes Betriebssystem, auf dem halt alles, ja, auf dem mir keiner über die Schulter schaut. Ich gehe ziemlich fest von der Gegenbewegung aus, weil wenn wir zum Vergleich mal sehen, das Internet, das ja in einem deutlich langsameren Tempo gemessen an der KI-Bewegung jetzt gekommen ist, wie groß da die Vorbehalte waren und auch teilweise gegen einzelne Dinge bis heute da sind, da ist KI einfach mit dem diesem atemberaubenden Tempo und der, ja, man möchte schon fast sagen, intrusiven Art, wie das jetzt eben auch versucht, sag ich mal, ein Heiligtümer der Privatsphäre und des Datenschutzes vorzudringen, einfach unter dem Gewand des Fortschritts und der neuen Möglichkeiten, dass das automatisch eine Gegenbewegung hervorrufen wird, die allerdings noch völlig überrannt ist momentan. Ich glaube einfach, die ist noch nicht laut genug, weil die sich gerade erst dann bildet, einfach angesichts dieses Tempos, aber sie wird sicherlich kommen und ja, das ist in der Tat hat dann die Frage, wer da besser aufgestellt ist, also wer, wer sich, wie bringt man sich jetzt als Anbieter in Position, um, um in dieser, ja, noch kommenden Gemengelage gut dazustehen und ich habe bei Microsoft gerade im Moment auch so das Gefühl, die können vor Stärke kaum laufen, weil diese, diese richtige Entscheidung in OpenAI zu investieren und dass das dann so mit ChatGPT so abgelaufen ist, hat ja Microsoft sehr stark verändert. Wir hatten ja ein sehr demütiges Microsoft erlebt, was weggegangen ist von diesem Windows-Allmachtsanspruch und der sich mehr und mehr zum Cloud-Anbieter und Dienstleister entwickelt hat und was jetzt ja plötzlich so eine, in so einer Boomerang-Bewegung jetzt ja wieder doch dann auf alten Fahrten wandelt, dass man Apple dann sozusagen dieses Leadership abnehmen möchte und so, also ich, das wird auf jeden Fall sehr spannend, also wir haben eine, wir haben eine, eine Wettbewerbssituation, wie wir sie ja lange nicht mehr hatten, es wirkt ja alles ziemlich abgeklärt und die Rollen waren verteilt und ich glaube auch, dass man in Cupertino sehr wohl sieht, dass eben in Redmond da Höhenluft gewittert wird und jetzt sich auch fragt, ja, wittern sie die zurecht und wie müssen wir uns jetzt in Stellung bringen, damit der Traum, der Windows-Allmacht nicht nochmal wieder Formen annimmt. Ja, also ich meine, es ist Windows, also sie haben auf jeden Fall Windows neues Leben eingehaucht, glaube ich, mit diesen, mit diesen Ankündigungen, ob die natürlich alles halten können, was sie versprechen und auch was jetzt das Leistungsversprechen angeht, dieser Surface Laptops und der anderen Laptops aus der Branche, die dann halt entsprechend auch mit dem Qualcomm-Chip ausgerüstet sind, das werden wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten sehen, da wird es viel Benchmarking geben und am Schluss sind, also ich meine, langjährige Mac-Nutzer kennen auch Zeiten, in denen Mac sehr, sehr langsam war und es ist unterm Strich auch egal, also ich meine, die Frage ist ja am Schluss, was machst du, mit welchem Betriebssystem möchtest du arbeiten und da schluckt man ja unter Umständen dann auch manche Kröte irgendwie weg und Apple war natürlich jetzt in der sehr bequemen Situation, dass sie lange natürlich mit Intel einfach eins zu eins gefahren sind mit dem, was der Rest der Branche halt konnte und dann jetzt mit ihren eigenen Chips plötzlich einen dermaßen wilden Sprung hingelegt haben, zumindest was so die Kombination aus Effizienz und Leistung angeht, dass das halt, das alles durcheinander gewirbelt hat und jetzt sehen wir zum ersten Mal Ansätze davon, dass halt jetzt Microsoft in dieser Kombination mit Qualcomm hinterherkommt und irgendwie was dagegen zu bieten hat und vielleicht auch das interessanteste Microsoft-Hardware-Line-Up mit der Kombination aus Windows und den KI-Funktionen jetzt so ein bisschen im Paket hat, was wir glaube ich oder zumindest aus meiner, aus der Brille des Mac-Nutzers das vielleicht interessanteste Angebot seit vielen Jahren da wieder auffährt. Ja und um da nicht missverständlich zu werden, also ich habe ja vorhin gesagt, Windows Allmacht, die Windows Allmacht ist ja jetzt schon da, also den Marktanteilen ist es ja so, dass Windows ja das dominante Betriebssystem ist, aber es ist nie verschwunden, aber der Punkt war eigentlich der in den letzten Jahren, wer etwas progressiver unterwegs war, wer das, sagen wir mal, das fortgeschrittenere Betriebssystem haben wollte, da hatte Apple sich schon eine sehr starke Position einfach vom Image her erarbeitet. Das war einfach, es war einfach sexy für bestimmte Käufergruppen, gerade für Multiplikatoren, ein Apple-Gerät zu besitzen und Microsoft ist jetzt, versucht ja jetzt momentan auf dieser KI-Welle, wo sie die Nase vorn haben im Moment, eben da an Apple vorbeizuziehen, dass sie als diejenigen gelten, die die Trends setzen und deren Geräte dann gegebenenfalls auch als die gelten, die jetzt dann schon das Neueste, Tollste können und Apple rennt hinterher. Aber ob diese Rechnung aufgehen wird, ich meine, das werden wir erst jetzt sehen, dann so in den nächsten Jahren, wenn sich das so ein bisschen wieder stabilisiert hat, die ganze Lage. Ja, unterm Strich ist Konkurrenz für Apple auch immer gut. Es ist immer schlecht gewesen, wenn Apple sich einfach ausruhen konnte, ohne da herausgefordert zu werden und es ist ja wirklich faktisch so gewesen, dass jetzt seit 2020, seit dem M1, wenn du ein Notebook kaufen wolltest, konnte man glaube ich objektiv sagen, gab es nichts Sinnvolleres halt als ein MacBook Air oder ein MacBook Pro zu kaufen. Einfach auch nur von der Hardware her, wenn wir mal diese Betriebssystemdiskussion ausklammern. Es gab halt keine bessere Laptop-Hardware auf dem Markt. Ich glaube, was Akkulaufzeit und Leistung und alles angeht und Lüfter, keine Lüfter, leise Geräte. Also ich meine, das waren schon, sind, waren und sind halt ziemlich perfekte Notebooks gewesen und deshalb ist es halt interessant, dass jetzt Microsoft und deshalb reiten sie auch auf dem MacBook Air so herum, weil das Microsoft natürlich auch klar gewesen und dem Rest der PC-Branche auch klar gewesen ist, dass sie da irgendwie nichts bis jetzt zu bieten hatten und vielleicht kriegen sie es jetzt mit dem Qualcomm-Chip, der ja in erster Linie von einem Team entwickelt wurde, was letztlich vorher für Apple am M1 gearbeitet hat. Also das ist ja der Witz, da sind am Schluss sind dann dieselben, irgendwo sind da ein Teil von derselben Leute dahinter, hinter der Technik. Haben sie jetzt vielleicht geschafft, was tatsächlich auf den Markt zu bringen, was zumindest hinterherkommt oder nachzieht und ich bin sehr neugierig auf die Tests der Geräte dann von dem, was Microsoft gezeigt hat. Wobei das Interessante ist, dass ja diese Entwicklung Apple jetzt gerade in einem Bereich fordert, dann der, wo sie sich ja nach meinem Gefühl mehr als bei der Hardware jetzt oder anders als bei der Hardware in den letzten Jahren nicht ganz so stark engagiert haben, nämlich Software. Also wenn die Hardware gleichzieht, ist es ja umso wichtiger, dass die Software besser ist und besser wird und gerade in dem Bereich hatte man ja den Eindruck, dass Apple sich doch schon ein wenig darauf zurückgelehnt hat, dass einfach die Performance, die Hardware-Performance ihrer Geräte so unglaublich gut war, dass sie jetzt dann sich nicht ein Bein rausreißen mussten, um bei der Software jetzt deutlich besser zu werden und das ist natürlich die Hoffnung auch vieler Apple-Nutzer, dass dieser Wettbewerb da eben dann dafür sorgt, dass Apple dann umso attraktiver werden möchte bei der Software, während sie bei der Hardware schauen, dass sie da immer noch weiterhin ein bisschen die Nase vorne haben. Ja, mal schauen. Also wie du schon sagst, Konkurrenz beliebt das Geschäft. Es soll nicht zu unserem Nachteil sein, diese Entwicklung, die wir da aktuell sehen, nach Jahren, wo ja auch alles relativ planbar und berechenbar gewesen ist. Ja, mit Blick auf die Zeit aber noch ganz schnell so ein paar Punkte der Entwicklerkonferenzen ein Punkt, der glaube ich bei Apple auch sehr wichtig ist, um den mal vorwegzunehmen, Klimaneutralität zum Jahr 2030, das erklärte Ziel und wir lesen dann und hören ja gerade von Microsoft, dass die sich durch die Hintertür so ein bisschen rausstibitzen aus dem Klimadeal, weil eben KI-Rechenzentren sehr viel Power brauchen. Für Apple ein riesen Dilemma, oder? Definitiv. Also wenn sie langfristig darauf hinwollen, da eben auch ihre eigenen Cloud-Kapazitäten aufzubauen und es sieht ja danach aus, wir haben ja jetzt schon die Gerüchte darüber gelesen, dass sie natürlich eigene Chips auch für ihre KI-Rechenzentren aufsetzen und da natürlich forschen und arbeiten und es wäre auch blöd, das nicht zu tun, so oder so und könnte sicher ein Problem sein. Ich meine, auch da kann Apple vielleicht darauf hoffen oder darauf bauen, dass diese Chips halt sehr effizient arbeiten und dass sie damit irgendwie diese und sie sehr viel Erfahrung ja insgesamt jetzt durchaus ja auch in den letzten, weiß nicht, plus minus 10, 15 Jahren mit Rechenzentren für iCloud gesammelt haben, um da irgendwas auf die Beine zu stellen, was möglichst klimaneutral arbeitet, aber die Herausforderung wird sicher da sein und wird sicher massiv werden, gerade in den nächsten fünf Jahren dann, wenn das Ganze, die Nachfrage da entsprechend wachsen sollte und auch die Herausforderung oder die Nötigkeit doch viel davon immer noch in der Cloud zu rechnen und nicht lokal auf dem Gerät und danach sieht es ja zumindest vorerst zumindest aus bei den sehr anspruchsvollen Aufgaben. Also ja, wird sicher, wird sicher interessant zu beobachten sein. Also ich glaube nicht, dass sie da thematisch jetzt drauf eingehen werden, aber sie haben sich sehr fest auf dieses 20-30 eingeschossen und wenn sie da plötzlich locker lassen, wäre sehr ungewöhnlich und sehr bemerkenswert auf jeden Fall und natürlich auch sehr hässlich, muss man ja auch sagen, unterm Strich. Also die Baumschulen rund um Cupertino Witter und das Geschäft ihres Lebens, wenn es um die Kompensation durch neu zu pflanzende Bäume geht. Hoffen, das ist vielleicht schon. Ja, gibt es, gibt es weiteres aus deiner Sicht, was wir vielleicht noch unbedingt ansprechen sollten mit Blick jetzt auf die Entwicklerkonferenzen der anderen? Ich fand, möchte nur eine Funktion noch kurz erwähnen, weil ich die sehr interessant fand, die Google für Android geplant hat, die, glaube ich, auch erst im Herbst oder so kommen soll und das auch eben auf ein lokales Sprachmodell setzt, was praktisch bei deinen Telefonaten zuhört und dich davor warnen soll, wenn ein Bedrugsanruf ist. Sie hatten da ein sehr konkretes Beispiel mit so einem vorgeblichen Bankmitarbeiter, der halt irgendein nicht wirklicher Bankmitarbeiter war und dann halt auf Scam oder auf Bedrug ausgelegt war, um irgendwie den Angerufenen dazu zu bringen, irgendeine PIN oder irgendwas preiszugeben und dann halt das Konto leer zu räumen und da dann eben Android oder das Smartphone halt aktiv den Nutzer gewarnt hat, Achtung, dieser Anruf könnte Bedrugs sein und ich meine, diese Bedrugsanrufe, die sind wirklich so eine neue Plage geworden, habe ich das Gefühl. Also auch im persönlichen Umkreis habe ich jetzt, erlebt man immer öfters, dass da Leute mit konfrontiert sind. Im besten Fall passiert dann nichts weiter Schlimmes, aber es ist einfach unangenehm, weil du das, also halt das Gefühl hast, dauernd unter Bedrugsversuche zu kommen, ist irgendwas Unangenehmes und wir sehen ja auch, dass die natürlich immer gewiefter auch werden. Auch da spielt natürlich übrigens KI natürlich wieder eine Rolle, wo sich die Schlange selbst in den Schwanz beißt. Also das heißt, du arbeitest mit KI auf der einen Seite gegen Angriffe, die vielleicht auch KI gestützt, umso versierter werden in der nächsten Zeit oder jetzt auch schon aktuell. Aber faszinierend natürlich, solche Funktionen sich zu überlegen, die man da auf Betriebssystem-Ebene integrieren kann. War sehr clevere, eine sehr clevere Demo, fand ich, die Google da gewählt hat für Android und sie haben natürlich immer dann hervorgehoben, das sind Funktionen, die du nur in Android sehen wirst und mal sehen, was sich Apple da einfallen lässt. Können wir schon vorstellen, dass sie da auch natürlich Interesse haben in solche Richtungen, solche Schutzfunktionen, also Sachen, die den eben den Nutzer nutzen in dem Sinne, dass sie ihn schützen und Apple schützt da auch gern seinen Nutzer, auch vor manchen Sachen, die der Nutzer vielleicht gerne machen würde, wird er auch noch mitgeschützt, aber das wird, glaube ich, durchaus passen, auch als Funktion für iOS 18. Man darf gespannt sein. Ja, dafür, dass wir einen kurzen Blick auf die KI-Funktion werfen wollten, ist es dann doch eine relativ lange Sendung geworden, aber ja, kurz und knackig haben wir eigentlich trotzdem alles zusammengefasst, was wir bislang so an Erkenntnissen haben, was die anderen machen, was bei Apple kommen könnte und oder beziehungsweise welche Rückschlüsse sich ziehen lassen daraus, was bei Apple kommen könnte. Wir sind sehr gespannt, ich muss sagen, ich bin nach diesem Gespräch mit dir, Leo, noch gespannter als vorher, was wir auf der WWDC da tatsächlich sehen werden und ja, ich bin auch ein bisschen gespannt, mit welchen Gefühlen wir auf diese Sendung zurückblicken werden, wenn wir dann wissen, was denn da kommt von Apple. Mal schauen. Ja, wir werden uns natürlich ausführlich damit beschäftigen, was Apple da ja am, wann ist es? 10. Juni müsste die Keynote sein, also Anfang Juni auf jeden Fall vorstellt und zeigt. Ich meine, die WWDC ist ja wirklich auch sonst, ist eigentlich jedes Jahr spannend, aber in manchen Jahren ist sie einfach spannender und dieses Jahr tut sich einfach zu viel, als dass nicht auch bei Apple einiges Neues herausfallen muss, über die üblichen schönen Verbesserungen, die man ja auch erwarten kann, ganz simple Sachen, die halt irgendwie die Betriebssysteme, die man nun mal im Alltag halt so viel nutzt, dann einfach besser machen, aber mit all den neuen und schnellen Entwicklungen, die die ganze Branche da jetzt erfasst haben, muss auch manches davon natürlich bei Apples Betriebssystemen ankommen. Also eine spannende Reise, definitiv, die uns da diesmal in den Sommer begleitet und die wir ausführlich, ebenfalls ausführlich begleiten und besprechen werden. Großes Kino also, was uns auch in unserem kleinen Lichtspielhaus hier nämlich den Mac & I Podcast weiter beschäftigen wird. Das war Folge Nummer 72. Herzlichen Dank, Leo. Herzlichen Dank an alle, die uns bis hierhin zum Ende der Sendung tatsächlich verfolgt haben. Gerne wieder einschalten, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, Mac & I Podcast, dann sind wir wieder zurück und der Blick auf die WWDC wird vielleicht dann auch schon konkreter. Mal gucken, was dann noch so kommt. Bis dahin eine gute Zeit und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss Malte und bis in zwei Wochen. Tschüss Malte und bis in zwei Wochen. Tschüss malte und bis in zwei Wochen. Vielen Dank.